FÖNIX PERSÖNLICH Herzlich willkommen bei FÖNIX PERSÖNLICH. Mein heutiger Gast ist Pia Klemp. Pia Klemp ist Kapitänin eines Seenotrettungsschiffes. Das Schiff heißt Sea-Watch 3 und ist für die Nichtregierungsorganisation Sea-Watch im Mittelmeer unterwegs, um Geflüchtete vor dem Ertrinken zu retten. Herzlich willkommen bei FÖNIX. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Die Sea-Watch 3, wo ist Ihr Schiff im Moment? Die Sea-Watch 3 liegt leider im Moment in Valletta auf Malta im Hafen fest und darf den Hafen momentan nicht verlassen. Was werfen die Malteser Ihnen vor? Warum darf das Schiff nicht auslaufen? Die Malteser werfen uns offiziell gar nichts vor mit völlig willkürlichen und hanebüchenen Papierkram und hafeninternen Reglements wird das gerade durchgedrückt, dass im Moment keins der Seenotrettungsschiffe der Nichtregierungsorganisation im Mittelmeer tätig sein kann und alle an der Kette liegen. Sie sind mit diesem Schicksal nicht allein. Vor ungefähr einem Jahr waren noch über ein Dutzend private Schiffe unterwegs. Jetzt sind die in Hafen festgehalten. Es gibt auch Organisationen, die sich zurückgezogen haben aus der Seenotrettung. Genau. Letzten Sommer gab es neun, zehn Schiffe, die von verschiedenen Organisationen betrieben im Mittelmeer tätig waren. Seit die EU damit angefangen hat, die Seenotrettung zu kriminalisieren und zu dämonisieren, sind leider einige ausgestiegen oder mussten aussteigen. Die Juventa, das Schiff der Organisation Jugend rettet, wurde beschlagnahmt. Das ist das Schiff, das Sie vorher gefahren haben. Das liegt seit einem Jahr in Italien beschlagnahmt im Hafen. Und auch gegen Sie wird ermittelt wegen Beihilfe zur illegalen Einreise nach Italien. Sie gehen ein ziemliches Risiko ein. Macht Ihnen das nichts aus? Natürlich ist das nichts, was man unbedarft macht. Aber so wie schon, ich halte es da mit dem Herrn Brecht, der auch schon sagte, wenn Unrecht zurecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das ist ein ganz klares Muster, was hier zu erkennen ist, dass dadurch, dass die EU-Politik versagt hat und sich nicht innerhalb des Staatenbundes auf eine vernünftige Lösung einigen kann, ob es jetzt um die Verteilung von Flüchtlingen geht oder um die Einrichtung von, und die Ermöglichung von sicheren Einreisewegen, dass Menschen ihr Menschenrecht auf Asylantrag überhaupt wahrnehmen können, weil das komplett gescheitert ist, wird das Ganze jetzt auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen, bei den NGOs angefangen. Im Endeffekt natürlich zum Leidwesen derer, die flüchten müssen. Und das hat halt angefangen mit der Beschlagnahmung der Juventa. Letztes Jahr, dann wurde es in jedem Hafen in Italien mit jeder Rettung schwieriger und schwieriger. Und ja, jetzt haben wir halt die nächste Stufe der Repression erreicht, wo halt einzelne von uns, das sind zehn Crewmitglieder der Juventa, gegen die jetzt ermittelt wird. Auf Beihilfe zur illegalen Einwanderung stehen fünf bis 15 Jahre Haft und ganz klar Angstmache, der Versuch der Abschreckung und der Kriminalisierung der Seenotrettung. Wir wollen im Laufe der Sendung noch ausführlich darüber reden, wie da politisch argumentiert wird. Ich würde zunächst aber von Ihnen gerne erfahren, wie das abläuft, diese Seenotrettung. Zunächst mal bei wie vielen Einsätzen zur Seenotrettung im Mittelmeer waren Sie denn schon dabei? Ich bin insgesamt sechs sogenannte Missionen gefahren. Das sind so Einsätze von zwei bis drei Wochen, die wir dann am Stück draußen sind. Und ja, zwei davon auf der Juventa und vier davon auf der Seenotstrahl. Und haben Sie ungefähr einen Überblick, wie viele Geflüchtete Sie da vom Ertrinken retten konnten? Also jetzt nur für die Mission gesprochen, auf denen ich dabei war, das ist nicht, was insgesamt gerettet werden konnte, waren es, ich würde sagen, Leute, die wir tatsächlich an Bord hatten, dann selber 1.000, 1.500. Und dann gibt es aber noch viele andere Boote, denen wir geholfen haben mit dem Austeilen von Rettungswesten oder die wir auf andere Schiffe verteilt haben. Das werden mit Sicherheit noch mal 3.000, 4.000 Leute sein, denen meine Crews helfen konnten. Also wirklich eine enorme Zahl von Geflüchteten, von Menschen, die sie da vor dem Ertrinken retten konnten. Ich stelle mir das ungeheuer schwierig vor. Das Mittelmeer ist ja riesig groß. Wie finden Sie die Flüchtlingsboote und wo nehmen Sie die Flüchtlinge auf? Also die Fluchtroute, die durch das zentrale Mittelmeer geht, die Menschenhändler und Schlepper senden diese kompletten Schrottboote, die überfüllt sind mit Menschen von verschiedenen Städten in Libyen los. Bürgerkriegsland, keine Kontrolle, intern absolutes Chaos. Das ist, wo die größte Zahl der Flüchtlinge, vor allem aus Sub-Sahara-Afrika, von ablegen, um die Flucht nach Europa anzutreten. Und das ist ungefähr das Gebiet zwischen der tunesisch-libyschen Grenze und der libyschen Hauptstadt Tripolis. Und dann patrouillieren die Vereinsschiffe auf ungefähr 26 Seemeilen von der libyschen Küste weit entfernt weg und halten selber nach solchen Booten in Seenot Ausschau und arbeiten aber auch zusammen, kriegen Informationen, und offizielle Seenotrufe durchgegeben von der Seenotleitstelle in Rom, auf die wir dann halt auch reagieren. Wir können uns jetzt gleich mal ein paar Bilder anschauen von einer Seenotrettungsaktion aus dem November 2017. Da waren Sie mit Ihrem Schiff, der Sea-Watch 3, unterwegs. Und gleichzeitig war ein Schiff der libyschen Küstenwache ein bisschen schneller. Das sehen wir hinten. Die libysche Küstenwache hat schon neben dem Flüchtlingsboot angelegt. Wie viele Flüchtlinge waren auf diesem Boot? Laut Angaben der Leute, die auf diesem Flüchtlingsboot drauf waren, waren zu Beginn ihrer Reise 120 bis 150 Menschen an Bord des Schlauchbootes. Davon sind einige schon auf der Reise über Bord gegangen und dann ertrunken. Das sieht man hier von Ihrem Beiboot aus. Die Flüchtlinge sind ins Wasser gefallen, sind teilweise auch ins Wasser gesprungen, weil sie nicht an Bord der libyschen Küstenwache wollen, nicht nach Libyen gebracht werden sollen. Ja, und was dann weiter passiert? Ja, also das libysche Boot ist halt fast auf dieses Schlauchboot draufgefahren, wodurch das halt Luft verloren hat und viele Leute ins Wasser gegangen sind. Gleichzeitig wollen die Leute halt nicht zurück in die Konzentrationslager in Libyen zurückverschleppt werden, was auch gegen die Genfer Konvention ist. Darum sind einige ins Wasser gesprungen, weil sie lieber ertrinken, als dorthin zurückzukommen. Die Libyen haben nicht bei der Rettung geholfen, haben ihr Beiboot nicht zu Wasser gelassen, um zu helfen, Leute rauszuziehen. Und es ist besonders dramatisch, weil viele der Flüchtlinge ja gar nicht schwimmen können. Und sehr geschwächt sind von ihrer Flucht. Und der körperliche Zustand der meisten Menschen ist sehr desolat. Jetzt ist es am Ende der Rettungsaktion noch zu einer dramatischen Situation gekommen. Ein Flüchtling, das sehen wir hier, springt von Bord oder wird von Bord gestoßen oder fällt von Bord. Auf jeden Fall hängt er dann unten an der Rettungsleiter. Und das libysche Küstenwachboot gibt plötzlich Gas und Braus davon, obwohl der Mann da noch an der Leiter hängt. Wissen Sie, was aus diesem Mann wurde? Wir wissen leider nicht, was daraus wurde. Was wir wissen, ist, dass sowohl wir von der Sea-Watch 3 als auch die EU-Militärschiffe, die dort in der Nähe der Rettung waren, über Funk mehrfach darauf hingewiesen haben, dass dieser Mann dort an der Leiter hängt. Und dass die Libyen nicht darauf reagiert haben, nicht verlangsamt haben, sondern ganz im Gegenteil uns dann noch mit Waffengewalt gedroht haben, weil wir natürlich hinterhergefahren sind. Dass ja, wenn wir ihnen weiter folgen, sie halt auf uns schießen werden. Jetzt müssen wir das ja hier, oder zumindest ich, das mit aller Vorsicht sagen, weil wir hatten ja jetzt keine Chance, die Libyer zu fragen, wie aus ihrer Sicht das Ganze sich abgespielt hat. Aber es macht nach meinem Ermessen schon den Eindruck, dass die Libyer sich zumindest sehr merkwürdig verhalten haben bei diesem Vorfall. Trotzdem, ich muss Sie auch fragen, ob Sie mit der Sea-Watch nicht auch einen Teil zu diesem Chaos beigetragen haben. Denn wenn da ein Flüchtlingsboot ist und daneben ist ein Boot der libyschen Küstenwache, das versucht, die zu retten. Wenn sich da ein NGO-Schiff daneben legt und den Flüchtlingen dann quasi verspricht, okay, wir bringen euch nach Italien, das ist nachvollziehbar, dass die Flüchtlinge dann nicht auf das Schiff der Küstenwache wollen, dass die vielleicht ins Wasser springen, nur um dann eben von ihnen gerettet zu werden. Also haben Sie auch zu dem Chaos beigetragen? Die Frage kann ich auf zwei Wegen beantworten. Das eine ist völlig gleich, ob da ein europäisches NGO-Schiff ist oder nicht, was den meisten Flüchtlingen auch nicht sagen wird, was das ist. Werden Sie nicht zurück auf dieses libysche Schiff wollen und zurück in diese Lager nach Libyen. Keiner tritt diese Reise an, wenn er nicht denkt, dass er auf dem Wasser sicherer wäre als sein Land. Und zum Zweiten gibt es für Rettungseinsätze ein ganz klares Regelwerk, was das internationale Seerecht regelt, was ganz klar sagt, dass das Schiff, was am besten ausgestattet ist für eine Rettung, die Rettung durchführen soll. Und wenn mehrere Schiffe bei einem Boot in Seenot sind, dann wird ganz klar gesagt, wer der sogenannte On-Seen-Commander ist. Und die Römer, also die europäische Notrettungsstelle, als auch ein französisches Kriegsschiff, was dort unten mit dabei war, haben uns der Sea-Watch 3 dieses On-Seen-Command übergeben. Das heißt, wenn einer das gefährdet hat, dann die libysche Küstenwache. Was ist denn da am Ende passiert? Also wir haben gesagt, 120 Leute waren mindestens auf dem Boot. Wie viele konnten Sie denn retten? Wir hatten, im Endeffekt hat unsere Quo, also gerade die Leute in den schnellen Beibooten, die wirklich einen tollen Job gemacht haben, haben es geschafft, 59 Leute, 60 Leute aus dem Wasser zu ziehen. Ein kleiner Junge war leider nicht mehr wieder zu beleben. Es waren ungefähr nach Angaben der libyschen Küstenwache 40 Leute auf dem libyschen Schiff, die dann zurückverschleppt worden sind nach Libyen. Und ja, dementsprechend kann man sich dann ausrechnen, wie viele halt auf dem Weg und vor allem halt aber auch während der ertrunken sind. 20 Menschen, wenn nicht noch mehr. Gehen Sie mit sowas um? Es ist natürlich schwer mit umzugehen, manchmal gerade in so einer Situation, wo man es auch einfach sieht und die Leute auch, die Menschen auch einfach um ihr Leben schreien hört, bevor sie dann ertrinken. Natürlich ist das sehr, sehr bitter, aber es ist aber auch eine Realität, eine Realität, der wir uns alle sehr bewusst sind. Deswegen fahren wir da runter, weil wir wissen, dass vielleicht nicht jeden Tag, aber sehr viele Tage im Jahr sehr viele Menschen im Mittelmeer ertrinken, ohne dass einer hinguckt, ohne dass einer hilft. Was sind das für Menschen, die Sie da retten? Wo kommen die her? Männer, Frauen, Kinder? Relativ unterschiedlich. Es gibt die meisten, die zumindest bei meinen Rettung waren, waren Menschen aus Sub-Sahara, Afrika, die halt dort vor Boko Haram, Bürgerkrieg, Hunger, politischer Verfolgung und so weiter fliehen. Es gibt immer wieder auch mal dann Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, die dort vor dem Krieg fliehen. Ja, das sind so die größten Anteile der Flüchtenden, die durch Libyen kommen. Es sind hauptsächlich junge Männer, weil gerade die Flucht, die interkontinentale Flucht durch Afrika auch so hart ist, dass jeder, der ein bisschen schwächer ist, es auch einfach nicht schafft. Jetzt haben Sie da gerade einen sehr belasteten Begriff verwendet. Sie haben gesagt, die Geflüchteten kommen in Libyen in Konzentrationslager. Das ist natürlich vor allem in Deutschland ein Begriff, den man sehr vorsichtig gebrauchen muss. Was erzählen Ihnen die Geflüchteten, die Sie aufnehmen, über die Zustände, die da in Libyen sind? Also diese Beschreibung von konzentrationslagerähnlichen Zuständen, die kommt auch ganz klar von Mitarbeitern von dem Flüchtlingswerk der UN, die sich das angeschaut haben. Es sind Leute, werden da zu Hunderten zusammengepfercht, kriegen jeden zweiten Tag eine kleine Plastikflasche Wasser zum Trinken und den Rest der Zeit können sie die benutzen, um dort reinzupinkeln. Es gibt Leute, die werden versklavt, gefoltert, um noch mehr Geld von den Familien zu erpressen. Sexuelle Gewaltvergewaltigung von Frauen, von Kindern stehen an der Tagesordnung. Von Videomaterial, was in diesen Lagern gesammelt werden könnte und halt aber auch von Aussagen von denjenigen, die es geschafft haben, dort rauszukommen und zu überleben, sind das wirklich unmenschliche Zustände, die dort herrschen, völlig unkontrolliert, absolut gewalttätig und bar jeder menschlichen Würde. Jetzt hat sich der Wind in der europäischen Öffentlichkeit zumindest teilweise gedreht. Also die privaten Seenotretter, das sind nicht mehr die uneingeschränkt akzeptierten Helden, sondern viele werfen ihnen vor, sie betreiben das Geschäft der Schlepper. Jetzt wird natürlich niemand sagen, man soll die Menschen ertrinken lassen. Zumindest kenne ich niemanden, der sowas sagt. Trotzdem gibt es ja eine politische Debatte darüber, ob das, was die NGOs machen, richtig ist oder am Ende vielleicht mit gutem Willen ein schlechtes Ergebnis produziert. Lassen Sie uns mal die Argumente anschauen. Also Vorwurf Nummer eins, Sie, die NGOs, die Seenotsrettungsboote, Sie würden die Geschäfte der Schlepper betreiben, weil Sie erst würden die Flüchtlinge in diese Schlauchboote da locken. Ja, das wurde schon mit sehr vielen Studien widerlegt, dass die NGO-Schiffe eben kein sogenannter Pull-Faktor sind. Die Fluchtursachen liegen ganz woanders. Die Leute begeben sich auf die Flucht, weil sie halt um Leib und Leben fürchten. Die wissen auch nicht, dass da europäische Vereine Schiffe betreiben, die helfen, wenn es nötig ist. Und auch andersrum die wirklichen Menschenschlepper, die diese menschenverachtenden Lager betreiben und die die Leute noch mehr Geld erpressen und dann in diese völlig überfüllten, nicht seetauglichen Boote sperren, denen ist es völlig egal, ob die es übers Mittelmeer schaffen oder nicht. Ich muss da trotzdem noch mal nachhaken. Klar, für die Fluchtursachen sind sie natürlich nicht verantwortlich, im Gegenteil. Aber sie machen es ja den Schlepperorganisationen schon leichter, die Leute in die Boote zu locken, weil diese Boote sind auch, lassen Sie mich das bitte ausführen, die Boote sind offensichtlich nicht seetauglich, haben wir gesehen in diesem Zuspieler. Die Boote haben manchmal nur für 20, 30 Kilometer Benzin an Bord. Und die Schlepper sagen, guck da vorne, 20 Kilometer draußen, da liegen die NGO-Schiffe, fahrt da hin. Das ist von allem, was wir gehört haben, von Leuten, die es geschafft haben, die nicht im Mittelmeer ertrunken sind, mit denen wir nachher reden konnten, die haben überhaupt gar keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen. Viele denken, es ist ein breiter Fluss oder werden auf die Lichter oder die Flammen der Ölburgen, die im Mittelmeer sind, hingewiesen, dass das Leuchttürme in Italien seien. Und das ist nichts, was man von Land auf sehen kann, ob da auf 25, 30 Meilen ein Schiff steht oder nicht. Das ist einfach optisch nicht wahrnehmbar vom Land. Und ja, die Schlepper machen da solche Versprechen nicht, weil es ihnen egal ist, weil solange die Leute bezahlt haben und dann weg sind, ist das Geschäft für sie erfolgreich gewesen. Und ob sie dann nach 10 Meilen ertrinken oder nicht, macht halt für deren Geschäft keinen Unterschied. Wir haben hier eine Aussage des österreichischen Bundeskanzlers Kurz, der sagt, die Rettungsaktionen der NGOs führen dazu, dass noch mehr Menschen ertrinken. Wie gehen Sie mit so einem Vorwurf um? Es ist sehr traurig, wenn das Problem so verdreht wird und wir immer die Wurzel des Problems komplett ignorieren oder zumindest in der Größe ignorieren. Wieso gibt es diese Fluchtursachen als erstes? Wieso gibt es keine sicheren Fluchtwege nach Europa? Was bringt einem ein Menschenrecht auf die Sicherheit von Leib und Leben? Was bringt einem ein Menschenrecht auf einen Asylantrag, wenn man es nicht wahrnehmen kann? Das ist das große Problem, was diese Fluchtroute durch das zentrale Mittelmeer hervorruft. Und wie gerade gesagt, es wurde mehrfach durch Wissenschaftsstatistik bewiesen, unterlegt, dass die Vereinsschiffe kein Pullfaktor sind, dass die Leute sich auf diese Flucht begeben, egal ob wir da sind oder nicht. Man sieht es auch im Moment, wo alle NGO-Schiffe an der Kette liegen, die Zahlen der Toten im Mittelmeer, der Leute, die flüchten, nimmt sich ab. Also das sind sehr umstrittene Zahlen, wenn Sie die Zahlen anführen. Wir haben das natürlich auch nachgeschaut, haben die Zahlen angeschaut der Internationalen Organisation für Migration. Es gibt die Zahlen von 2016, 2017, 2018. Bis Ende August sind im Mittelmeer ca. 1500 Menschen ertrunken. Im selben Zeitraum 2017, als noch viel, viel mehr Menschen über das Mittelmeer geflohen sind, sind 2400 Menschen ertrunken. Über diese Zahlen gibt es jetzt den erbitterten Streit. Man kann sagen, schaut her, Europa macht es den Flüchtlingen schwerer, weil Europa mit den Libyen zusammenarbeitet, weil die NGOs lahmgelegt werden. Es fliehen viel weniger Menschen, aber es sterben dann auch weniger. Es sind dieses Jahr weniger gestorben als letztes Jahr. Umgekehrt kann man natürlich mit derselben Berechtigung sagen, von 1000 Menschen, die sich auf die Flucht machen, sterben jetzt viel mehr als früher. Wenn Sie einverstanden sind, lassen wir das jetzt mit den Zahlen. Ich denke, Sie haben sehr Eindruck... Ja, das Prinzip ist halt das Gleiche. Jetzt würde man sagen, wir schaffen die Bergwacht ab, weil die Leute sich auch freiwillig auf den Bergsteigertrip machen, wissen nicht, dass da eine Gefahr ist. Oder wir sagen, wir machen keine Krebstherapien mehr für Raucher, weil sie haben sich auch freiwillig... Also das eine ergibt nicht das andere. Ich verstehe Ihren Punkt. Ich glaube, es ist sehr, sehr klar geworden, dass Sie sich sehr viel Gedanken machen, dass Sie sich sehr auch mit den Gegenargumenten auseinandergesetzt haben. Ich würde gern ein bisschen mehr erfahren über Sie und Ihre Beweggründe. Ich muss jetzt da einfach mal kurz erzählen, Sie sind in Bonn geboren, haben Biologie studiert. Wie kommt jemand wie Sie ans Meer? Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, wenn man vom Rhein ans Meer kommt. Ich hatte immer eine sehr große Liebe zur Natur. Ich habe dann irgendwann das Tauchen für mich entdeckt und halt die Unterwasserwelt... Drei Jahre lang als Tauchlehrerin in Indonesien. Genau, und habe da mich mehr und mehr ins Meer verliebt und bin gleichzeitig aber auch dadurch über mehr und mehr Missstände aufmerksam geworden und ich musste mich sehr damit auseinandersetzen, wie schlecht es um unsere Meere steht und wie wenig passiert, um sie zu schützen. Und bin so dann bei der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und damit halt auch bei der Seefahrt gelandet. Ja, also über Sea Shepherd, das ist eine internationale Organisation, NGO wie die Sea Watch, dürfen wir nicht verwechseln, die Seenotrettung ist die Sea Watch. Da ihr Beginn, was die NGOs anbetrifft, war die Sea Shepherd. Das ist eine Organisation, die sich der Rette von Delfinen, Walen, insgesamt der Meereswelt verschrieben hat. Da haben wir jetzt auch einen Zuspieler und schauen uns das mal an. Das ist eine Aktion, circa vier Jahre alt und das hat sich zugetragen in der Antarktis, also kurz vor dem Südpol. Ihr Schiff, das ist das kleine Ding da in der Mitte. Links, das ist ein japanisches Walfangschiff und rechts, das rote Schiff, das ist ein Tankschiff. Das Tankschiff will den Walfänger betanken und Sie versuchen, den Tankvorgang zu verhindern, indem Sie sich dazwischenlegen. Also ich sage mal, die Bilder werden noch dramatischer. Das ist doch ungeheimlich gefährlich, was Sie da machen. Ähm, insofern... Hier sehen wir Sie, auf der Kommandobrücke, ja, also gefährlich. Es ist von dem Manöver, wie wir es gefahren sind und wie es auch die internationalen Verkehrsregeln sagen, wäre das Manöver nicht gefährlich gewesen, wenn wir einfach neben diesem Tanker hergefahren wären, um halt das illegale Betanken dort unten in diesem Naturschutzgebiet, der illegalen Walfangflotte zu verhindern. Sondern das war dann halt das Verhalten dieses großen japanischen Walfangschiffs, was uns halt nicht nur gerammt hat, sondern halt sogar noch gegen den Tanker geschoben hat. Warum besprühen Sie die mit Wasser? Äh, die haben ihre Wasserwerber auf uns gerissen. Die besprühen Sie mit Wasser? Ja, einmal damit wir keine Leute auf Deck haben, um uns einzuschränken, dass wir keine Videoaufnahmen machen können und vor allem versuchen Sie aber auch durch die Schornsteine unseren Maschinenraum zu fluten. Ja, also das wird immer dramatischer. Sie werden da förmlich in die Zange genommen. Wie ist das ausgegangen? Ist da jemand verletzt worden? Es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden. Es war allerdings soweit, dass wir ein Mayday setzen mussten. Also einen Rettungsruf? Genau, also Mayday ruft man auch wirklich nur, wenn es um Leib und Leben geht. Dass es nicht, oh, ist gerade ein bisschen gefährlich, sondern es ist jetzt. Und dann zwar nicht direkt, aber zumindest ein paar Minuten später hat dann der Walfänger reagiert und davon abgelassen, weil er dann auch gesehen hat, dass wir unsere Position nicht verlassen werden, weil wir weiterhin gegen den illegalen Wahlkampf stehen. Riskieren Sie Ihr Leben und das der Crew für die Wale? Ich habe da ja das Gefühl, dass die illegale Walfangflotte unser Leben für ihren Profit riskiert und nicht andersrum. Natürlich begeben wir uns manchmal in etwas risikoreiche Situationen, aber wir starten nichts als Kamikaze-Aktion. Und gerade leider bei der illegalen Fischerei ist das Gewaltpotenzial der Fischer extrem hoch, gerade auf internationalen Gewässern, wo es schwierig ist mit, wer ist jetzt, welche Regierung ist hier verantwortlich, wo kann man wen anzeigen. Es gibt keine Polizei, die da rumfährt und aufpasst oder die man schnell mal anrufen könnte. Das ist das Gewaltpotenzial sehr, sehr groß. Und Seefahrt ist eine Männerdomäne. Wir haben uns erkundigt. Von 100 Kapitänen ist eine Frau. Sie haben angefangen bei Sea Shepherd als Deckhand. Das ist, ich sage es jetzt nicht despektierlich, aber das ist doch weiter unten auf der Hierarchie, eher eine Hilfsposition. Und wie sind Sie denn zur Kapitänin geworden? Ich habe mehrere Jahre als Deckhand gearbeitet, weil es auch wirklich eine der allerbesten Positionen auf dem Schiff ist. Und habe dann irgendwann das Management von einem Schiff übernommen. Dann habe ich dann auch mehr als auf See selber, dann auf der Brücke verbracht. Und dann irgendwann hat sich das einfach ergeben, dass ich dann halt mein Patent gemacht habe. Bei der Sea-Watch, dem Seenotrettungsschiff, da haben Sie 22 Mann Besatzung. Ich frage das jetzt einfach mal, als Frau, hören diese Seeleute auf einen? Auf jeden Fall. Also zum einen gibt es bei uns, ob das jetzt bei Sea Shepherd oder bei Sea-Watch ist, natürlich deutlich weniger diese Sexismus und Konflikte, wie es die in der kommerziellen Seefahrt geben wird. Weil die Leute, die bei uns mitfahren, das sind ja alles sehr schlaue, intelligente, weltoffene, politische Menschen. Das heißt, dieses Thema Sexismus und Diskriminierung ist ja einfach nicht so existent in unserem Kosmos. Und zum anderen haben wir sehr flache Hierarchien auf unseren Schiffen. Alle sind da, weil sie da sein wollen. Alle wissen, worum es geht und was wir erreichen möchten und wissen auch um die Fähigkeiten und Kompetenzen des jeweils anderen. Und deswegen wird es da, ja. Deswegen haben wir jetzt hier eine Kapitänin sitzen. Sie sind seit Jahren auf diesen Rettungsmissionen unterwegs, haben gar keinen festen Wohnsitz in Deutschland mehr. Was treibt Sie da an? Was ist das? Also zum einen mag ich die Sea-Fahrt einfach sehr gerne und auch noch mehr als die Sea-Fahrt selber einfach die Arbeit, die ich damit verrichten kann. Und ich sehe es als meine Pflicht an, sowohl das eine als auch das andere zu tun. Und das passt halt sehr gut zusammen mit einem Leben ohne Wohnung, wenn man halt einfach von Schiff zu Schiff zieht. Jetzt haben Sie ja eine sehr starke und nachvollziehbare Motivation, warum Sie das machen, die Meere retten, die Wale retten, Ertrinkende, das Leben von Ertrinkenden zu retten. Ich frage trotzdem, ist neben dieser nachvollziehbaren politisch-moralischen Motivation auch so ein Schuss Abenteurertum dabei? Nee, Abenteurertum habe ich gerne, wenn ich Landgang habe, dann kann ich gerne irgendwo klettern gehen und wochenlang durch den Wald laufen. Das ist Abenteuer für mich, was hedonistisch ist an den Jobs. Das sind die Leute, die man trifft und die man kennenlernt, dass ich die Chance habe, mit ganz wunderbaren, schlauen, bewussten, aktiven Menschen zusammenzuarbeiten. Aber dieses Nervenkitzel da in irgendeiner Art und Weise Antrieb wäre es nicht so, weil dafür ist das Thema oder beide Themen viel zu ernst und viel zu bitter, als das als Unterhaltung in irgendeiner Art und Weise aufzufassen. Das wollte ich Ihnen nun wirklich auch nicht unterstellen. Ich würde trotzdem gerne am Ende noch wissen, haben Sie manchmal auch das Gefühl, Mensch, ich möchte einfach doch jetzt wieder in ein normales Leben zurückkehren, einen ganz normalen Beruf ausüben, Familie gründen? Oder haben Sie solche Gedanken nie? Ich habe manchmal, wenn man ganz lange auf See war, mehrere Wochen, und es sehr anstrengend war und wieder alles auf einmal passiert ist, dann kommt da manchmal so ein Anflug von an und dann denke ich zwei Minuten drüber nach und dann gehe ich wieder aufs nächste Schiff. Das war Phoenix Persönlich, heute mit Pia Klemp. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank an Sie zu Hause für Ihr Interesse. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank.